Herzlich willkommen zu Inside World Spirits. Mein Name ist Wolfram Ortner. Ich bin Reisebegleiter in die Welt der Spiritosen. Die Reise trete ich heute gemeinsam mit Albert Büchele an, ein Vorarlberger Brenner, der ausgezeichnete Produkte produziert, nebenbei in der World Spirits Jury sitzt und sich bei Spiritosen top auskennt. Albert, du betreibst ja eine top Distillerie. Welche Produkte produzierst du eigentlich? Ja, ich produziere von der Wurzel her logischerweise Obstbrände. Wir machen ungefähr 30 Sorten. Die Hauptsorte ist logischerweise die Subira und dann natürlich auch Williams, Marille, verschiedene Steinobstsorten, Beeren, Wildfrüchte. Bier, die Erste. Genau, wir machen noch einen Single Malt. Alles was gut und perfekt ist. Aber du bist ja kein reiner Destillationsbetrieb. Ja, wir haben auch noch eine Landwirtschaft. Ich bin also meinen Wurzeln treu geblieben. Ich bin die fünfte Generation am Michelehof in Hard am Bodensee und ja, habe noch ein paar Milchkühe und betreibe auch Obstbau. Ja, eigentlich bist du ein Selbstversorger auf höchst geistigen Niveau. Du hast auf der anderen Seite deine Milchkühe, du hast auf der anderen Seite die Früchte, du destillierst perfekte Destillate. In so einer Umwelt würde ich auch gerne leben. Aber bei dir in Vorarlberg ist ja die Subira sehr bekannt, die du auch verarbeitest. Ja, das ist sicher neben dem Vorarlberger Bergkäse die kulinarische Spezialität schlechthin in Vorarlberg. Ist auch bei uns in der Brennerei die Hauptsorte, die wir mit Abstand am meisten produzieren und verkaufen. Von welchen Mengen reden wir da? Ja, also wir bauen selber die Subira an auf einem schwachen halben Hektar und das gibt so eine Ernte in normalen Jahren zwischen 10 und 15 Tonnen. Viel Arbeit. Wenn über die Subira gesprochen wird, fehlt dir immer der Name Schertler. Ja, das ist der Armin Schertler aus Wollfurt. Gott Harbin Selig, der ist eigentlich der Vater der Subira oder des Subira, so muss man sagen, des Destillats. Er war der Erste, der, ich meine, in den 60er Jahren diese Birne das erste Mal Sortenrein gebrannt hat. Er hat eine gewerbliche Mosterei und Brennerei betrieben und von den umliegenden Bauern aus den umliegenden Dörfern und aus Wollfurt die Birnen eingekauft und hat somit, Zugriff zu sehr guten Rohstoffen gehabt. Stichwort Mosterei aus der Subira. Kann man ja keine Most machen, oder? Könnte man schon. Also sie hat auch Saft, aber das ist eine klassische Sommerbirne eigentlich auch wie die Williams. Ist fast zur gleichen Zeit reif wie die Williams und da sind die Mostereien noch gar nicht in Betrieb. Also das war vom Ursprung her immer eine Brennbirne. So wird sie eben zu hochwertigen Destillaten verarbeitet. Wenn du die Subira sensorisch betrachtest als Destillat, wie würdest du sie beschreiben? Sie hat Parallelen zur Williams Birne, hat auch so schöne Bananentöne, ist aber, wenn ich es versuche in Worten zu beschreiben, nicht so elegant und charmant wie die Williams. Sie ist etwas rauer, rustikaler, einfach aufgrund ihrer vielen Gerbstoffe. Patrick, was hast du uns da mitgebracht? Ich habe Kardamom mitgebracht. Entschuldigung, was ist der Unterschied da? Ja, das ist die Hülse und da sind die Samen drin. Also wenn ich das aufbreche, dann habe ich nachher die Samen im Einzelnen. Wir verwenden das in der Produktion eigentlich so rein als Samen. Verwendet man denn Kardamom mit der Hülse auch oder wird immer nur der Samen verwendet? Ich kann ihn so oder so kaufen. Jetzt musst du dir vorstellen, in der Produktion, Maceration oder so, ist der Austausch natürlich weniger groß, als wenn ich eine größere Oberfläche habe und die Körner frei habe. Das ist wesentlich intensiver. Wo ist der Kardamom eigentlich beheimatet? In Sri Lanka, da kommt er her, wird heute aber auch in anderen Destinationen angebaut, im gleichen Breitengrad. Der Kardamom hat ja sehr viele ätherische Öle, oder? Ja. Welche gesundheitsfördernde Wirkung hat der Kardamom eigentlich, beziehungsweise welche aromatische Präsentation? Also gesundheitsfördernd. Ob das gesundheitsfördernd ist, kann man sich fragen. Er ist sehr anregend, also wie Koffein. Ja. Sehr, sehr anregend. Da gibt es ja eine Kombination Kaffee-Kardamom, oder? Kaffee-Kardamom, Kakao-Kardamom, das sind gute Kombinationen, die man kennt. Ja. Und wenn wir jetzt wieder zum Beispiel an unsere Kräuterampel denken, in welcher Verbindung würden wir jetzt den Kardamom verwenden? Er ist sehr intensiv, in ganz kleinen Mengen in Gin oder als Aromageber in Bitter. Für Elixier würdest du das nicht verwenden? Für Absinth auch nicht? Würde ich nicht. Für Absinth wäre er mir zu stark. Hat von der Aromatik her, von ätherischen Ölen, ist Kardamom nicht irgendwie ähnlich wie Ingwer? Hast du die Erfahrung nicht gemacht? Doch, er hat sicher pfeffrige Komponenten. Er hat aber auch von den ätherischen Ölen her Eukalyptus-Noten. Das finde ich in beiden. So, wenn ich jetzt Lebkuchen hernehme und Spekulatius, die Plätze und die Kekse, da ist doch der Kardamom ein Unterschied, oder? Täusche ich mich da? Das ist, Kardamom ist ja in sehr vielen Gewürzmischungen vorhanden. Und dann ist die Gewürzmischung anders. Und das ist genau der Unterschied. Weil anscheinend bei Spekulatius-Keksen ist, glaube ich, Kardamom eben dabei und das macht eben den Unterschied. Aber ich wollte eigentlich fragen, in welcher Kombination siehst du Kardamom zu eben dieser Spiridose, beziehungsweise wie würdest du Kardamom in der Küche anwenden? Ja, also jetzt in Kombination mit Spirituose ist es ja sehr schwierig, weil es ist extrem intensiv, Kardamom. Das übertönt sehr viel. Also ich versuche das mal zu dämpfen. Die Kombination, die wir vorher erwähnt haben, mit Schokolade, kann ich mir sehr gut vorstellen. Schokolade mit Kardamom und dazu ein Zubierer, ein Destillator, eines Destillators. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, die Kombination. Jetzt muss ich dich wirklich fragen. Im weitesten Sinne erinnert mich das fast an H2-Rauch. Ja, das... Möhre fast in die Richtung hin, wenn ich da hineinrieche. Ja, es ist etwas Zeternholz, würde ich sagen. Ja, genau. Sehr, sehr stark durch. Pfeffrig. Ja, wir machen momentan eine ausführliche Weltreise. Ich hoffe aber, dass wir schon langsam wieder zu kräutern in unseren mediterranen Raum zurückkommen. Also ein bisschen hast du Zeit, die vorzubereiten. Deswegen freue ich mich schon jetzt wieder auf unsere nächste Folge mit dir, Patrick. Danke fürs Kommen. Danke, Frau Frau. Matthias, schön, dass du bei uns bist. Hallo. Du hast wahrscheinlich einige Fragen mitgebracht, beziehungsweise im Rucksack. Ja, habe ich. Was ist jetzt los? Ja, äh... Ich bin Glandrelektiker und bin jetzt im Gastgewerbe tätig. Und jetzt würde ich mich eigentlich sehr für Spirituosen interessieren, weil ich in dem Bereich eine Arbeit und ein bisschen Ahnung habe. Du hast zwei Profis. Gut. Ja, start bitte mit deinen Fragen. Ja, Albert, also es hat so einen bäuerlichen Betrieb. Wie schaut denn das mit der Brennerei aus? Weil viele bäuerliche Betriebe haben Kleinbrennereien. Wie ist das bei dir? Ja, ich habe bis ins Jahr 99, haben wir in der Abfindung gebrannt. Also das ist die bäuerliche Form der Brennerei. Und seit 2000 machen wir es gewerblich. Und anfänglich im offenen Verschluss und seit 2005 im Vollverschluss. Hast du ihn gleich sahen oder einen Großverschluss? Groß. Großverschluss. Großverschluss heißt ja, er kann machen, was er will. Er kann destillieren, Mengen ohne Ende. Das heißt, er hat ein richtig freies Dasein als Brenner. Das klingt gut. Ja, macht auch riesen Spaß. Glaube ich. So, die nächste Frage bitte. Ja, was mich interessieren würde, die Subira sensorisch zur Williams-Brenne. Was ist da der richtige Unterschied? Schöne Arbeit. Machen wir da jetzt eine Arbeitsteilung. Ja. Du beschreibst, so ist die Subira, ich beschreib, so ist die Williams. Willst du anfangen oder soll ich? Der Gast von da? Ja. Die Subira ist in der Nase meiner Meinung nach mindestens so intensiv wie die Williams. Hat sehr intensive Birnentöne. Auch Bananik. Kann auch ins Zitrus gehen. Kann auch sogar, ja das ist das Bananige so, wir sagen Teigig. Die Tiroler glaube ich Mohl. Durch die Reife, oder? Durch die noch Reife. Teilweise fallen sie auch überreif. Oder wenn das Wetter warm ist im August, die sind ja im August reif. Kann es sein, dass sie relativ schnell teigig werden. Und das geht dann in Richtung Honignoten. Wie ist das in der Harmonie dann das Produkt? Ist das Säuerliche, das Moosbiennige durch? Also das Säuerliche an sich sicher nicht, aber die Gerbstoffe gehen natürlich teilweise mit und das gibt einem am Gaumen eher den intensiv schaligen Charakter, die die Subira hat. Sehr viele Gerbstoffe halt, oder? Richtig, richtig, ja. Okay, und ich glaube der große Unterschied zu Wilhelms ist der, dass diese Gerbstoffkomponente, die Wilhelms eigentlich nicht hat, die Wilhelms lebt sehr viel vom Schmelz. Das heißt, sie lebt sehr viel von den Fruchtestern und geht natürlich auch, so wie die Subira, in das Bananige, Birnige hinein und hat eben sehr, sehr viel sogenannte Bananenester, Fruchtester, die die Birne einfach sehr aromatisch machen. Und ich glaube, dass der primäre Unterschied zwischen den Produkten einfach ist, dass die Subira eher ein rustikales Produkt ist, mit viel Herbstoffen und die Williams Birne, nebenbei es gibt eine rote und eine weiße Williams Birne, die auch nicht hundertprozentig gleich sind, aber darüber sprechen wir jetzt nicht. In einer anderen Folge können wir das abhandeln. Aber auf alle Fälle, sie ist wesentlich aromatischer, feiner, leichter zugänglich. Ja, Matthias, ich hoffe, dass wir dir helfen können. Danke, dass du da warst. Aber bevor wir die jetzt aus der Pflicht entlassen, werden wir gemeinsam zwei Subiras verkosten, damit du wirklich weißt, wovon wir sprechen. Ja, würde mich freuen. Gerne. So, meine Herrschaften, jetzt wird es spannend. Schauen wir uns einmal, bitte kostet mit uns mit, schauen wir uns einmal sensorisch eine Subira, die perfekte sind. Albert, fang du einmal an mit der Beschreibung in der Nase. Ja, das sind die sehr typischen, intensiven Birnen. Töne, etwas grün sogar, ein feines Zitrus. Ich breche viele typische Gerbstoffe eben, wie es die Moos Birne hat. Aber es ist ein perfektes Produkt, das ist ja eben Sir-Williams ähnlich. Also wirklich ganz ausgezeichnet. Probieren wir es einmal in Geschmack. Nicht erschrecken. Wir können natürlich beim Probieren nicht die Produkte trinken, weil sonst kriegen wir ein kleines Problem. Aber unglaublich, wie kräftig das Produkt ist, Albert. Ja sicher, das vordergründigste sind aufgrund der Gerbstoffe die intensiven Schalentöne, aber es kommt auch sonst das Birnige und auch Bananige kommt. Ganz toll rüber. Also die Bananen-Esta, die Bananen-Birnen-Esta, muss man sagen, sind wunderbar unterlegt, machen das ganze Produkt geschmeidig. Und das Attraktive finde ich einfach bei diesem Produkt ist auch, dass es Power hat. Und wenn wir die ganze Harmonie hernehmen, dann würde ich sagen, das ist ein total kraftvoll harmonisches Produkt. Was wir noch gar nicht geschaut haben, von wie viel Volumen Prozent drehen wir an 41 Prozent. Also mit 41 Prozent hat das Produkt ein sattes Rückgrat. Gratulation. Danke, danke. Dann würde ich sagen, probieren wir das nächste Produkt. Albert, ich glaube, du kennst die Flaschen. Das ist ein Nachbar von dir. Ja, sicher. Was ist denn aus der Nachbargemeinde Lustig? Die Firma Freyhof ist ja in Österreich sehr bekannt, hat unterschiedlichste Marken. Und ist ja wirklich bekannt, dass sie in den unterschiedlichsten Qualitätskategorien perfekte Produkte produzieren, die auch natürlich mit unterschiedlichen Marken gelabelt sind. Vom Freyhof Gebhardt-Hämmerle. Und was wir heute da haben, ist eben das Herzstück von der Edition Hämmerle. Eine Subira. Jetzt bin ich gespannt, Albert. Schauen wir einmal, was deine Nachbarn machen. Fang es nur an. Ja, auch ganz, ganz das typische Sortenbouquet. Erden. Hat fast noch mehr, das Citrus. Williams ähnlicher ist das Produkt. Das heißt, die Gerbssäure ist ein bisschen eher im Hintergrund. Riechst du das auch? Ja, also. Was riechst du? Wenn es eher ins fruchtige geht, dann geht es eher in die Williams. Genau. Okay. Dann schauen wir uns das Produkt einmal im Geschmack an. Schaut, dass man das spucken muss. Unglaublich. Kann man die Superer mit Willems verschneiden? Oder muss das immer ein Superer sein? Können tut man viel. Aber ich finde, dass es nicht der Würde eines Brenners entspricht, wenn ein Sortenreines Produkt am Markt hat, dass er das mit etwas anderem verschneidet. Weil vorne am Gaumen schmeckt das Produkt irrsinnig Williams ähnlich. Aber dann fahren wieder die ganzen Gerbstoffe durch. Ich glaube, das Produkt wird ca. 40 Volumenprozent haben. Ist ganz harmonisch ausgeglichen. Ist wirklich auch ein Top-Produkt. Muss man auch sagen, Gratulation der Firma Emmerle. Auf jeden Fall. Jetzt sind wir eigentlich ziemlich am Ende unserer Sendung. Da steht immer der fachliche Bereich an. Hat jemand von euch beiden eine fachliche Frage noch? Ja, eine Frage hätte ich noch. Was ist eigentlich genau der Nachlauf? Der Nachlauf ist das, was man nicht produzieren soll. Bei einer Brennerei wird immer zuerst der Vorlauf abgetrennt, dann wird der Nachlauf abgetrennt. Und wenn halt fehlerhafte Produkte produziert werden, erkennt man eben, dass der Brenner erstens keine Ahnung vom Brennen hat. Zweitens, dass er sich nicht identifiziert mit einer hochwertigen Brennerei. Und drittens, dass er einfach versucht, am Maximum an Mengen beim Brennen herauszuholen. Und da kann nichts Gescheites herauskommen. Der Nachlauf ist jener Bereich, der am Ende des sogenannten Herzstückes, der am Ende des Mittellaufs ist. Und der äußert sich sensorisch immer folgend, oder mit folgender Beschreibung könnte man sagen, es ist immer heug, seifig und entschuldigen die Ausdrucksweise, aber kurzig. Das heißt, es ist wirklich ganz, ganz grauslich. Und das sind eben die sogenannten Nachlauftöne, beziehungsweise die typischen Nachlauftöne. Fuselöle. Fuselöle sind aber dann schon wieder höhere Alkohole. Die gehen sehr nah in Richtung Vorlauf. Aber auf alle Fälle, es ist so oder so nichts Gescheites. Bitte nie ein Produkt trinken, das einen Vorlauf oder einen Nachlauf hat. Und wenn man auch in einem teueren Restaurant ist, und das Produkt nicht perfekt ist, bitte das Produkt vom Tisch zurückgehen lassen. Weil für ein Fleisch, das nicht in Ordnung ist, sollst du auch nicht und du auch nicht und ich auch nicht. So, jetzt sind wir beim Thema gewesen. Jetzt haben alle eine Breitseite bekommen. Ich hoffe, dass Sie jetzt auch Lust auf ein gescheites Produkt bekommen haben. Vor allem auf eine Subira. Wenn Sie eine Subira wollen, die bekommen es zu Haufen wahrscheinlich in Vorarlberg. Es wird wahrscheinlich dort auch bessere und schlechtere geben. Aber über das Internet können wir recherchieren. Auf unserer Webseite können Sie auch recherchieren. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Servus, bis zum nächsten Mal. Tja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020